Dritter Vortrag von Rudolf Steiner gehalten in Dornach am 6. Juni 1923 Guten Morgen meine Herren, will jemand noch eine Frage stellen? Es wird eine Frage gestellt in Bezug auf den Grauen Starr. Der Fragesteller sagt, dass er im Jahre 1916 in Basel im Spital war, wegen einer Irisentzündung. Und da habe er eine Einspritzung in den Kopf bekommen. Nun möchte er fragen, ob diese Einspritzungen nicht schädlich gewirkt haben könnten? Dr. Steiner, haben Sie denn etwas bemerkt an sich? Daran ist natürlich nicht zu denken, dass durch diese Einspritzungen etwa eine Starrkrankheit gefördert werden könnte. Diese sogenannten Fliegen, diese Erscheinungen, von denen Sie sprechen, die müssen nicht hindeuten auf irgendeine Starrkrankheit, sondern die kommen von etwas anderem. Nicht wahr, die Einspritzungen, die haben die Eigentümlichkeit, dass sie zuweilen die Muskeln, die in der Nähe sind, etwas schwächer machen. Und dann kann man nicht mehr so frei die Muskeln entfalten. Das Auge wird ein bisschen starr. Wenn man nun das Auge auf etwas einstellt, stellt es sich nicht gleich richtig ein und dadurch kommen diese Mücken und Fliegen heraus. Also es rührt dies oftmals nur her, ich möchte sagen, von einer kleinen Schwäche in der Einstellung. Warum haben Sie denn die Iris-Einspritzungen bekommen? Fragestelle. Man dachte, es sei der Glaskörper. Dr. Steiner, es ist ja so, dass man immer besser tut, solche Dinge durch andere Mittel zu bekämpfen, also solange es geht durch innere Mittel. Manche Dinge kann man nicht durch innere Mittel bekämpfen, dann versucht man zu impfen. Aber eine Sorge brauchen Sie deshalb doch nicht zu haben, das ist nicht nötig. Es ist vielleicht noch eine andere Frage aufzuwerfen, die wir beantworten können. Fragesteller. Ich möchte noch einmal zurückkommen auf das Drehen. Mir und auch meinen Kollegen ist aufgefallen, wenn wir auf das Herz zu sprechen kommen, dass da einige Unklarheit ist. Ich habe darüber nachgedacht, wie Herr Doktor uns einmal aufgezeichnet hat, wie die Erde mit dem Mond zusammenhängt und das Fluidum, ich weiß nicht, ob ich mich richtig ausdrücke, die Sonne drumherum ist. Das Herz ist auf der linken Seite im Körper. Ich möchte nun fragen, ob das Herz eigentlich auch mit diesem ganzen Weltgetriebe zusammenhängt. Dr. Steiner, da müssen wir an Verschiedenes erinnern, was wir auch schon besprochen haben. Ich habe ja einmal gesagt, über das Herz hat man heute in der Wissenschaft überhaupt falsche Ansichten. Man denkt sich, das Herz sei eine Art von Pumpe und das Herz pumpe das Blut überall hin in den Körper. Man denkt sich also, das Herz zieht sich zusammen. Wenn sich das Herz zusammenzieht, wird es kleiner, hält weniger Blut in sich. Dadurch stößt es das Blut durch die Adern aus. Es wird in den Körper gestoßen. Und weil das Herz elastisch ist, denkt man, dehnt es sich wiederum aus. Dadurch kommt das Blut wiederum zurück. Also man schreibt heute dem Herzen zu, dass es sich wie eine Pumpe verhält. Dass es also das Blut durch den Körper hindurch pumpt. Sehen Sie, das ist eine ganz falsche Ansicht. Es ist überhaupt eine Ansicht, die nur aus der materialistischen Zeit stimmt. Die also alles zurückführt auf das Maschinelle, wenn man meint, das Herz soll eine richtige mechanische Pumpeinrichtung sein, die das Blut durch den ganzen Körper pumpt. Dabei nimmt man gar keine Rücksicht darauf, wie eigentlich das ganze Leben in einem lebendigen Wesen vor sich geht. Ich möchte Sie dabei auf eines aufmerksam machen. Es gibt ein kleines niederes Tierchen, das besteht eigentlich nur aus einer Art von Schlauch. Wenn ich dieses Tierchen aufzeichnen wollte, so müsste ich es etwa so aufzeichnen. Sieh Seinung. Da wäre eine Haut. Solch ein Schlauch ist das Tier. Da drinnen ist es hohl. Und da ist es einfach so wie ein kleiner Hafen, ein kleiner Napf. Da hat es noch kleine Fangmimpern, solche Härchen, mit denen es sich bewegen kann. Es lebt im Wasser, dieses Tierchen. Hydra heißt es, weil es im Wasser lebt. Dieses Tierchen, Hydra, hat die Eigentüblichkeit, dass es eigentlich, wenn man es mit höheren Tieren oder mit den Menschen vergleicht, nichts anderes als ein bloßer Magen ist. Und dieser Schlauch tut eigentlich nichts anderes, als dass er allerlei Körnchen, also allerlei Nahrungsmittel, die in seine Nähe kommen, aufnimmt und da drinnen verdaut. Das Tierchen lebt also im Wasser. Im Wasser schwimmen allerlei Nahrungsstoffe. Das Tierchen schwimmt herum, schwimmt an die Nahrungsstoffe heran, nimmt diese Nahrungsstoffe auf, macht es also gerade so wie unser Magen. Er nimmt auch auf. Den Schlund, den Mund, der die Nahrungsstoffe vorbereitet, den hat natürlich dieses kleine Tierchen nicht. Die Hydra nimmt einfach diese Nahrungsmittel auf und verdaut sie. Das Eigentümliche ist allerdings dies, dass es das Abscheidungsorgan, den After, mit dem Mund zugleich hat. Es sondert auch gleich wieder durch den Mund ab. Also es ist alles beisammen bei diesem Tierchen. Nun ist es ja natürlich, wenn etwas überhaupt ein lebendes Wesen, namentlich ein Tierchen sein soll, so muss es nicht nur essen, essen muss es, aber es muss auch atmen. Und dieses Tierchen, das atmet nämlich mit der Außenseite seiner Haut. Da überall sind ganz kleine Löchelchen. Dies sind ja überall, wo organischer Stoff ist, lebendiger Stoff, diese Löchelchen. Und durch diese Löchelchen saugt es aus dem Wasser die Luft ein, die es braucht. Also man kann sagen, dieses Tierchen, die Hydra, hat eine Innenseite, einen Hohlraum, mit dem es frisst. Äußerlich an seiner Außenseite hat es seine Atmungsorgane. Das Tier zieht also die Luft ein und die Luft kommt auch da in der Mitte herein in diesen hohlen Raum. Das Tierchen kann fressen, atmen. Damit beschäftigt es sich überhaupt. Das Tierchen schwimmt überall im Wasser herum, frisst und atmet aus dem Wasser die Luft ein, die ja auch im Wasser enthalten ist. Was wird nun der materialistische Mensch sagen? Der wird sagen, Nun ja, dieses Tierchen, das besteht einfach aus dieser Haut. Diese Haut, die ist im Inneren so gewachsen, dass sie im Inneren ein Ernährungsapparat ist und außen ist sie ein Atmungsapparat. So sagt der Materialist. Aber wir können nicht so sagen, denn wir müssen das als eine höchst oberflächliche Ansicht betrachten und müssen sagen, Nein, dieses Tierchen hat auch einen Ätherleib, in dem es drinnen steckt, und auch einen Astralleib, in dem es eben auch drinnen steckt. Das hat es noch, das sind die unsichtbaren Glieder. Nun, meine Herren, kann man durch irgendetwas beweisen, dass das Tier auch noch etwas Unsichtbares ist, außer dem Sichtbaren? Der Materialist sagt, um das Sichtbare kümmere ich mich, um das Unsichtbare kümmere ich mich nicht. Das Sichtbare, das zeigt mir im Inneren eine Art Magen, außen ist das eine Art Lunge, und damit bin ich zufrieden. Nun kann man etwas Besonderes machen mit diesem Tier. Nicht wahr, meine Herren, unser Einer trägt keine Handschuhe, aber man weiß doch noch, wie das ausschaut. Wenn Sie einen Handschuh haben, so können Sie den umdrehen. Denken Sie sich also, der Handschuh ist außen, meinetwillen braun, und innen hat er ein graues Futter. Wenn Sie ihn nun umdrehen, so dass das graue außen ist und das braune innen, so haben Sie ihn ganz richtig umgestillt. Jetzt ist das innere außen und das äußere innen. Sie können ja ein Fingerling davon abschneiden und das jetzt mit dem einzelnen Fingerling machen. Dann haben Sie nämlich, wenn Sie den Fingerling abschneiden und umdrehen, so etwas wie diese Hydra. Die Hydra schaut so aus wie ein einzelner Fingerling. Und das Merkwürdige ist, so wie man diesen Fingerling umdrehen kann, so dass das innere außen und das äußere innen ist, so kann man auch diese Hydra umdrehen. Man kann das machen, man kann sie richtig umdrehen. Und dann ist das, was ich hier in der Zeichnung rot gezeichnet habe außen und das, was ich blau-violett gezeichnet habe, das ist jetzt da drinnen. Aber der Hohlraum ist da jetzt auch da draußen und was früher draußen war, das ist jetzt drinnen. Und das Merkwürdige dabei ist, jetzt fängt plötzlich die Hydra an, auch wiederum herum zu schwimmen. Es macht ihr gar nichts aus, sie schwimmt wiederum im Wasser herum, sie frisst und atmet. Sie frisst jetzt gerade so die Körnchen in diesen Hohlraum hinein, der neu entstanden ist, und atmet durch das, was früher die Magenwand war. Also, der Hydra macht das gar nichts aus, es schadet ihr gar nichts. Sie fängt an mit dem, womit sie früher geatmet hat, zu fressen, und mit dem, womit sie früher gefressen hat, zu atmen. Ja, meine Herren, wenn das so wäre, dass das nur so gewachsen wäre und da im Inneren nur ein Magen wäre und außen Atmungsorgane, da könnte ja die Hydra gar nichts anderes machen, als da innen einzuatmen und von außen anzufangen zu fressen. Das tut sie aber nicht, sondern im Moment, wo sie umgedreht wird, macht sie ihren Magen zur Lunge und ihre Lunge zum Magen. Ja, nun möchte ich wissen, wenn sonst nichts da wäre als Magen und Lunge, wie das geschehen wäre. Wenn sie ein Werkzeug haben, einen Handschuh oder was es ist, den können sie umdrehen, wenn es etwas Äußeres ist. Wenn es etwas Inneres ist, können sie es natürlich nicht einfach umdrehen. Also das innen, was da als Ätherleib und astralischer Leib noch daran ist, das Unsichtbare, das bleibt. Und weil das da ist, kann einfach der Körper der Hydra umgedreht werden. Also Sie sehen, betrachtet man nur mit einem klaren Blick Daseinige, was eigentlich in der Natur vorgeht, dann findet man zugleich heraus, dass die materialistische Ansicht absolut falsch sein muss. Sodass man sagen kann, Daseinige, was da eigentlich frisst und was atmet, das ist etwas Unsichtbares. Und weil der Körper der Hydra nicht so festgemacht ist, wie bei uns, nicht Knochen und Muskeln hat, sondern alles ein und derselbe Stoff ist, deshalb kann eben die Hydra diesen einen Stoff zu allem brauchen. Nicht wahr, wir können nur deshalb nicht unseren Magen nach außen drehen, weil er so besonders ausgestaltet ist, weil wir nicht aus einer solchen gleichen Stofflichkeit bestehen wie die Hydra, sondern unsere Stoffe verschieden sind. Aber im Inneren muss unser Magen auch atmen und die Luft, die wir in ihm haben, die zieht er ebenso von außen ein. Also unser Magen ist schon eine Art von Hydra. Aus allen diesen Dingen, zu denen man noch vieles hinzufügen könnte, geht aber hervor, dass man am kleinsten Tier schon nachweisen kann. Da ist etwas Unsichtbares, was diesem Tier zugrunde legt. Nun, meine Herren, daraus sehen Sie aber, dass auch, wenn wir davon sprechen, was eigentlich unseren ganzen Menschen bewegt, wir darauf kommen, dass es etwas Unsichtbares ist. Wenn Sie die äußere Bewegung nehmen, wenn wir gehen, da werden Sie gar nicht darauf kommen, dass etwa Ihre große Zehe es ist, die den Schritt macht, sondern da sagen Sie, ich gehe, mein Wille ist es, der da versucht, dass ich gehe. Wenn im Inneren die Organe sich bewegen, und es bewegt sich ja nicht bloß das Herz, es bewegen sich zum Beispiel die Gedärme fortwährend. Die Gedärme bewegen sich in Wellenbewegungen, sonst könnte der Speisebrei nicht verdaut werden. Also im Inneren des Menschen bewegt sich ja auch alles, fortwährend geschehen Bewegungen im Inneren. Wenn also im Inneren die Organe sich bewegen, so werden diese Bewegungen nicht hervorgerufen durch Daseinige, was Materielles in uns ist, sondern sie werden hervorgerufen durch Daseinige, was Unsichtbar in uns ist. Sodass wir sagen müssen, das Herz ist nicht eine Pumpe, sondern das Herz wird bewegt durch unseren astralischen Leib. Also wir haben einen astralischen Leib, und der bewegt das Herz, respektive, weil im astralischen Leib auch unser eigentliches Ich drinnen ist, bewegen wir auch mit unserem Ich unser Herz. Und zwar bewegen wir es auf eine ganz besondere Weise. Wenn Sie das Herz anschauen, so liegt es, wie der Herr Brurle ganz richtig gesagt hat, bei einem normalen Menschen etwas an der linken Seite, nicht stark, nicht so stark, als man gewöhnlich meint. Aber es liegt etwas an der linken Seite. Und dann gehen vom Herzen hier die großen Adern aus. Die große Schlagader und die anderen Adern gehen eigentlich vom Herzen aus. Nun ist das so, wenn ich zum Beispiel einatme, da ernähre ich mich gewissermaßen mit dem Sauerstoff. Wenn ich ausatme, gebe ich die Kohlensäure von mir. Wenn ich die Kohlensäure von mir gegeben habe, bekomme ich sogleich Sauerstoffhunger. Ich will wieder einatmen. Ja, das hat zunächst mit meinem Herzen gar nichts zu tun, sondern mit meinem ganzen Leib. Mein ganzer Leib bekommt den Sauerstoffhunger. Dadurch, dass er den Sauerstoffhunger bekommt, kommt er in den Trieb hinein, all sein Blut zu bewegen, denn das Blut muss Sauerstoff haben. Der Körper schickt durch seinen astralischen Leib das Blut dahin, wo es den Sauerstoff kriegen kann. Oder nehmen Sie an, ich gehe oder ich arbeite. Da verbrennt in mir die Nahrung. Das habe ich Ihnen ja schon einmal ausgeführt. Dadurch wird das Blut arm an Nahrung. Wenn man arbeitet, wird immer das Blut arm an Nahrung. Jetzt, was will das Blut? Das Blut will wiederum Nahrung bekommen. Das Blut reißt gewissermaßen die Nahrung, die der Magen und die Getärme aufgenommen haben, an sich. Das alles, dieser Lufthunger, Nahrungshunger, das bringt das Blut in Bewegung. Das Blut ist es, das zunächst sich bewegt und das Blut reißt das Herz mit. Also es ist nicht das Herz, das das Blut durch den Leib pumpt, sondern das Blut bewegt sich durch Lufthunger, durch Nahrungshunger und dadurch wird das Herz bewegt. Sodass wir also sagen müssen, unser unsichtbarer Mensch ist es, der das Herz bewegt. Nun meine Herren, wenn Sie das jetzt hören, so können Sie eine Frage aufwerfen. Sehen Sie, bei unserer Anthroposophie ist es immer so, dass die Gegner meinen, sie machten die Einwände. Die Einwände kennt man aber lange vorher. Die macht man sich vorher selber. Deshalb mache ich Sie immer auch auf die Einwände aufmerksam. Sie können einwenden? Ja, wozu haben wir denn das Herz, wenn es nicht das Blut durch den Körper pumpt? Wenn das Blut sich bewegt, brauchten wir vielleicht gar nicht das Herz, das er mitgerissen werden soll. Ja, sehen Sie, das sagen diejenigen Menschen, die keinen rechten Begriff haben vom ganzen menschlichen Leib. Es ist ein großer Unterschied zwischen dem menschlichen Kopf und dem übrigen Menschen. Ich habe Ihnen schon einmal etwas von diesem Unterschied gesagt. Nehmen Sie einmal an, Sie gehen oder Sie arbeiten. Ja, der Kopf arbeitet da nicht mit. Der Kopf sitzt am übrigen Körper, wie man ungefähr in einer Kutsche sitzt. Da sitzt man ganz ruhig. Die Kutsche muss ihre Räder bewegen, die Rosse müssen ziehen. Aber so müssen unsere Hände unsere Füße arbeiten und der Kopf, der sitzt drinnen als derjenige, der nicht mitarbeitet, nicht wahr? Sonst müssten wir ja an den Ohrwatscheln irgendwie Seile haben und mit denen müssten wir die Räder an den Maschinen in Bewegung setzen. Das tun wir nicht. Der Kopf arbeitet nicht mit. Denken Sie sich einmal, man könnte da sich einmal am Haarschopf, die meisten Menschen in der Gegenwart können das nicht mehr, weil sie eine Glatze haben, solche Seile anmachen. Das würde den Menschen sehr schlecht bekommen. Der Kopf arbeitet eigentlich nicht mit, der sitzt ruhig auf unserem übrigen Organismus. Allein warum tut er das? Ja, sehen Sie, der Kopf ist eben was ganz anderes als der andere Mensch. Der andere Mensch ist ein Bewegungsapparat. Der Kopf ist nur insofern ein Bewegungsapparat, als er die Bewegungen mitmacht und so weiter. Da wirken eben die Bewegungen herauf in unseren Kopf. Aber der Kopf ist nicht daselige, was selber die Bewegungen macht. Der Kopf hat nach außen hin die Sinnesorgane. Da nimmt er das wahr, was draußen ist. Aber der Kopf nimmt auch noch das wahr, nur unbewusst bei den meisten Menschen, was im Inneren vorgeht. Wenn ich nach außen gucken will, damit ich weiß, was draußen vorgeht, brauche ich meine Augen. Wenn ich nach innen gucken will, nach der Blutzirkulation, brauche ich mein Herz. Das Herz ist nicht dazu da, dass es das Blut durch den Körper pumpt, sondern es ist ein Sinnesorgan, das alles wahrnimmt wie der ganze Kopf. Wir könnten nichts wissen von unserer Blutzirkulation, natürlich mit unserem Oberstüchchen wissen wir auch nichts davon. Aber im Kopf drinnen muss ein Wissen sein, wenn der Kopf nicht durch das Herz unsere ganze Blutzirkulation wahrnehmen würde. Ich habe Ihnen gesagt, wie die Leber ein Wahrnehmungsorgan ist. Die unteren Bewegungen nimmt zum Beispiel die Leber wahr. Aber was der ganze Mensch für Bewegungen hat, nimmt schon das Herz wahr. Dadurch wird das Herz in Bewegung gesetzt. Durch die Bewegungen, die hervorgerufen werden durch Atmungshunger und Nahrungshunger, wird das Herz in Bewegung gesetzt. Und an den Bewegungen des Herzens merkt man, ob im Körper eben etwas in Ordnung oder in Unordnung ist. Meine Herren, das können Sie ja leicht sehen. Was tut man denn, wenn einer krank wird? Das erste ist, man fühlt den Puls. Derjenige, der sich angewöhnt hat, den Puls zu erkennen, der kann ungeheuer viel am Pulsschlag erkennen. Der Pulsschlag ist wirklich ein Barometer für den ganzen Gesundheits- und Krankheitszustand. Aber der Pulsschlag ist ja nichts anderes als die Bewegungen des Blutes. Dasjenige, was man tut, wenn man beim Kranken den Puls fühlt, das macht der Kopf fortwährend. Er fühlt fortwährend durch das Herz die ganze Blutzirkulation. Überhaupt alles, was im Leibe vorgeht, fühlt der Kopf durch das Herz. Nun denken Sie sich, einer hat an einem gewissen Abend fürchterlich viel Alkohol getrunken, war, wie man sagt, gründlich betrunken. Dadurch kommt diese ganze Blutzirkulation in Unordnung. Am nächsten Tage merkt der Kopf durch das Herz, die ganze Blutzirkulation ist in Unordnung. Er bekommt dasjenige, was der Katerzustand ist, nicht wahr, den bekannten Brummschädel. Ja, warum brummt es denn da im Kopf? Sehen Sie, wenn ein schöner Tag ist und ich gehe mit meinen Augen durch die Gegend, da habe ich einen schönen Eindruck. Wenn da draußen ein furchtbares Wetter ist, da habe ich einen schlechten Eindruck. Ja, meine Herren, wenn im Blut alles ordentlich sich bewegt, da hat der Kopf einen guten Eindruck, da ist im Kopf alles geordnet. Wenn es aber so zugeht, dass ein Gewitter ist im Blute, das ist es, wenn einer sich am Abend betrunken hat, dann hat der Kopf durch das Herz eben einen gewitterigen Eindruck, da schwummelt alles durcheinander. Also, wir verstehen das, was das Herz ist, erst dann, wenn wir wissen, das Herz ist eigentlich das innere Sinnesorgan, durch das der Kopf alles das wahrnimmt, was im Körper vor sich geht. Wenn wir uns umsehen in der Welt, dann stellt sich heraus, dass der Mensch durch seinen unsichtbaren Teil, durch dasjenige, was ich seinen astralischen Leib genannt habe, im Verhältnis zu der ganzen Welt steht. Die wichtigsten Sterne, zu denen der Mensch im Verhältnis steht, sind Sonne und Mond. Nun, mit der Sonne, da steht hauptsächlich der menschliche Kopf in Beziehung, aber der übrige Mensch steht tatsächlich mit dem Mond in Beziehung. Und man kann sagen, es ist natürlich ein furchtbarer Aberglaube, wenn man meint, mit den jetzigen Mondesphasen könne man irgendetwas machen. Aber im Menschen ist ein Rhythmus, der sich auch im Blute ausdrückt und der ähnliches dem Mondenrhythmus. Der Mensch richtet sich schon nach der ganzen Welt. Und so ist es auch der Fall, dass tatsächlich die innere Bewegung des Blutes nicht allein von der Nahrung abhängt. Wenn der Mensch ganz gesund ist, er ist in gewisser Weise ein freies Wesen, dann macht er sich in gewissem Sinne unabhängig von den äußeren Natureinflüssen, macht sich auch in gewissem Sinne unabhängig von der ganzen Welt. Aber in dem Augenblick, wo der Mensch anfängt, ein bisschen krank zu werden, da wird er abhängig von der ganzen Welt. Nehmen Sie an, irgendjemand ist krank und man merkt die Krankheit an seinem Puls. Es ist dann für denjenigen, der das wahrnehmen kann, ein riesengroßer Unterschied zwischen dem Puls am Morgen und dem Puls am Abend. Man kann viel daran sehen, wie sich der Morgenpuls und der Abendpuls unterscheiden. Aber außerdem ist für gewisse Kranke ein großer Unterschied zwischen dem Puls, der bei Vollmond und dem Puls, der bei Neumond ist. Der Mensch ist eben abhängig. Wenn er sich auch in gesundem Zustand unabhängig machen kann, eine gewisse Abhängigkeit bleibt vorhanden und die zeigt sich besonders bei der Krankheit. Sodass wir sagen müssen, wissend in dem, was einen Eindruck auf unser Herz macht, schon in einer Beziehung zu der Bewegung der Weltkörper, namentlich des Mondes. Wir sind in Beziehung zur Bewegung des Mondes. In dieser Beziehung müssten eigentlich doch recht, recht viele Beobachtungen gemacht werden. Ich habe Ihnen vorher gesagt, bei einem normalen Menschen ist es so, dass das Herz etwas nach links gerückt ist. Aber gerade so, wie es Linkshänder gibt und die meisten Menschen Rechtshänder sind, mit der Rechten alles machen, so gibt es kurioserweise auch Rechtsherze. Es gibt nämlich Menschen, die haben das Herz nicht links, sondern auf der rechten Seite. Meistens wird das überhaupt nicht bemerkt, weil der Unterschied da natürlich ein innerlicher ist. Wenn einer ein Linkshänder ist, nicht wahr, so merkt man das sehr bald. Aber wenn sein Herz etwas nach rechts statt nach links geschoben ist, so merkt man das nicht so bald. Aber es wäre interessant, gerade solche Leute, die das Herz auf der rechten Seite haben, auch einmal zu prüfen, wie sie im Leben etwas anderes sind als diejenigen, die das Herz auf der linken Seite haben. Derjenige, der das Herz auf der rechten Seite, also nach rechts hin verschoben hat, der ist nämlich ein Mensch, welcher gewisse Dinge, die er macht, eigentlich immer zu einer gewissen Jahreszeit oder zu einer gewissen Tageszeit machen muss. Der Rechtsherzer, der ist viel mehr abhängig von der äußeren Umgebung als der Linksherzer. Und wenn das Herz nur ein klein bisschen nach rechts gerückt ist, es sitzt dann nicht überall bei jedem Menschen an derselben Stelle, sondern ein bisschen anders bei jedem Menschen. Wenn es noch immer links ist, aber doch ein klein bisschen nach rechts gerückt ist, so hat er gleich die Sehnsucht, sich mehr nach der äußeren Umgebung zu richten. Er will gleich, sagen wir, im Frühling etwas Besonderes tun und im Herz etwas Besonderes tun. Man kann das natürlich nicht immer und ruiniert sich dann. Die Menschen wissen ja gar nicht, wodurch sie sich ruinieren können. Man muss zum Beispiel in der Schule bei Kindern, die das Herz etwas nach rechts gerückt haben, gleich etwas anderes vorgehen. Das braucht er gar nicht bemerkt zu werden, als bei denjenigen Kindern, die das Herz an der rechten Stelle haben. Der Mensch wird dann, wenn er das Herz nach rechts gerückt hat, dazu veranlasst, seinen astralischen Leib viel mehr in Anspruch zu nehmen. Sehen Sie meine Herren, das ist die Geschichte. Wenn einer eine lange Zeit an einer Maschine arbeitet, da werden sie sich sagen können, es wird im Allgemeinen so, dass die Arbeit mechanisch wird. Es wird ja unangenehmer dadurch, dass man selber zu einem Stück Maschine wird. Aber wenn man lange Zeit an einer Maschine arbeitet, so macht man die Handgriffe und so weiter mechanisch. Denken Sie sich, man ist ganz normal ein richtiger linksherziger Mensch. Der Vater war auch ein linksherziger Mensch, der Großvater auch, der Urgroßvater auch. Da hat sich langsam das schon eingeschlichen. Und wenn man da nun als Sohn geboren wird, so macht man natürlich dieselbe Bewegung innerlich, die schon Vater und Großvater und Urgroßvater gemacht haben. Das geht so leicht, wie wenn man an einer Maschine schon lange gearbeitet hat. Wenn man ein rechtsherziger Mensch ist, da ist die Lage des Herzens nicht vom Vater geerbt. Der Vater ist in der Regel nicht auch ein rechtherziger Mensch. Das vererbt sich nicht. Da muss man erst aus seinem astralischen Leib heraus die Dinge gewissermaßen immer wieder neu anfangen. Da hat man nicht die ganze Vererbung drinnen. Und die Folge davon ist, dass ein solcher Mensch, der ein rechtsherziger Mensch ist, eben viel mehr innere Kraft anwenden muss, um die ganze Blutzirkulation in Ordnung zu haben. Und daher kommt es, dass ein solcher Rechtsherz-Mensch sich viel mehr nach dem Äußeren richtet. Es ist sogar folgendes möglich. Nehmen Sie an, Sie seien gar keine Rechtsherz-Menschen, sondern ein ganz normaler Linksherz-Mensch. Aber wenn Sie nun Balletttänzer werden, das passiert ja auch den Männern, aber den Frauen noch mehr, so wird durch den Balletttanz auch das Herz beeinflusst. Jetzt ist ja der Balletttanz so, und dass er eben auch sehr materialistisch ist. Aber in alten Zeiten, wenn die Menschen zum Tanz angehalten wurden, zum Beispiel im alten Griechenland, da wurde dadurch, dass sie sich dann hineinfügten in Bewegungen, die den Sternen nachgemacht sind, das Herz sogar während des Lebens ein Stückchen nach rechts gerückt, wie überhaupt beim Tänzer, auch heute noch der Tanz durchaus, wenn er auch materialistisch geworden ist, auf das Herz einen starken Eindruck macht, weil es eben etwas nach rechts rückt. Und wenn man mehr auf diese Dinge achten würde, würde man, wenn man den Menschen dann seziert nach dem Tode, schon sehen, wie das Herz gewisse Gefäße auseinander gedehnt hat. Dadurch, dass der Betreffende ein Tänzer oder eine Tänzerin war, ist das Herz, das kann man ihm nach dem Tode noch ansehen, eben ein Stückchen nach rechts gerückt worden. Dadurch beantwortet sich die Frage, die Herr Burley gestellt hat. Sie beantwortet sich dadurch, dass man sieht, der Mensch will eigentlich, wenn er mehr seinem astralischen Leib überlassen ist, nicht seiner gewöhnlichen Blutzirkulation folgen, sondern er will diese noch mehr beherrschen und dadurch gibt er sich Bewegungen hin, die ihm mehr nach den Bewegungen außerhalb der Erde, nach dem Mond geartet sind. Kann man das verstehen? Antwort, ja. Also das, was Sie heute gefragt haben, das sehr leicht bemerkt wird, dass der Mensch eine gewisse Sehnsucht hat, das zu machen, hängt eben damit zusammen, dass der Mensch seine ganze Herzbewegung von dem unsichtbaren Teil aus beherrscht, dass er ja dann, ich möchte sagen, ein bisschen hinüberrutscht nach dem Unsichtbaren und dass er dann eigentlich nach dem Äußeren sich richtet und nicht bloß nach der inneren Blutbewegung, die sich nach Atmung und Nahrung richtet. Alle diese Dinge kann man erklären, wenn man den Menschen wirklich versteht. Und jetzt möchte ich Ihnen etwas sagen, was noch ein bisschen mit dem zusammenhängt, was wir das letzte Mal besprochen haben. Wir haben das letzte Mal gesehen, da im Auge drinnen, da ist diese kleine Linse. Es wird gezeichnet. Wenn der Mensch ganz normales Sehen hat, dann ist diese kleine Linse durchsichtig. Wenn der Mensch den Starr bekommt, dann wird die Linse undurchsichtig. Salze lagern sich ab, sodass wir also sagen können, bei einem gesunden Menschen ist hier im Auge, wenn das das Vordere des Auges ist, die Linse. Die ist durchsichtig. Bei einem Menschen, der stark krank ist, haben wir die Linse, in der sich Salze abgelagert haben, undurchsichtig. Dadurch, dass die Linse undurchsichtig ist, kann der astralische Leib des Menschen mit der durchsichtigen Linse die Welt sehen. Er sieht alles in der Welt. Wenn man sich durch solche Dinge, wie ich sie beschrieben habe, in den Bügelchen, wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten, an ein ganz, ganz intensives Denken gewöhnt, so kommt einmal ein Moment, wo man etwas ganz Besonderes kann. Aber an ein ganz intensives Denken sich gewöhnen, das wollen ja die Menschen heute nicht leicht. Denn sich ganz zurückziehen auf sein eigenes Denken, das machen eben die Menschen heute nicht, weil sie sagen, es muss uns alles von außen gegeben werden, die Geheimnisse der Welt müssen wir von außen erforschen. Natürlich ist es ja auch unbequem, denn man muss sehr Acht geben bei diesem Denken. Wenn man sehr lebendig denkt, muss man natürlich furchtbar Acht geben. Aber es kommt dann einmal ein Moment im Leben, wo man etwas ganz Besonderes kann. Nicht wahr, dass ich mit meiner Hand einen Stuhl hebe, das begreift jeder, weil es fortwährend geschieht. Aber ich kann auch meine Hand in Ruhe lassen, kann sie nicht gebrauchen zu dem, was sie sonst tut. Dasjenige, was die Augenlinse tut, das steht nicht so in der Macht der Menschen. Wenn Sie von außen einen Eindruck haben, nun, dann gucken Sie durch Ihre Augenlinse eben nach diesem Eindruck hin. Wenn Sie keinen Eindruck haben, dann bleibt die Augenlinse in Ruhe. Aber, meine Herren, denken Sie sich, jemand hat sich wirklich Mühe gegeben, ein ganz starkes Denken zu haben. Er ist ganz nur im innerlichen Denken. Er guckt nicht nach außen. Er lässt seine Augenlinse so in Ruhe, wie man die Hand in Ruhe lässt, wenn man nichts tut mit ihr. Ja, da spiegelt sich dann an der Stelle, wo man sonst die durchsichtige Linse hat, mit der man sonst sieht, der ganze Sternenhimmel. Das ist nämlich, ich möchte sagen, das geradezu Wunderbare, dass man durch diese Methode, die man ausbildet auf die Art, wie ich es beschrieben habe, in wie erlangt man Erkenntnisse höherer Welten, die einzelnen Organe nicht nur für die Erde, sondern eben für die andere Welt gebrauchen lernt. Wenn sich natürlich Salze abgelagert haben, wird die Linse stark krank. Da wird sie unwillkürlich undurchsichtig. Wenn einer recht tief nachdenkt, bleibt sie durchsichtig. Aber der Mensch sieht nicht durch die Linse, er guckt nicht nach außen. Und da fängt es an, von der Linse aus die ganze Welt zu beleuchten. Aber man sieht dann das Geistige. Und zwar sieht man den ganzen Sternenhimmel nach seiner wahren inneren Bedeutung. Diese kleine Stelle im Menschen, wo die Linse sitzt, die kann einen unterrichten über all daselige, was man sich dann getraut zu sagen, überstanne und so weiter. Sie sehen, so großartig ist es eigentlich mit dem Menschen, dass an den kleinsten Punkten der Sitz von Erkenntnissen ist, die ungeheuer sind. Derjenige, der stark krank ist, man braucht das natürlich keinem Menschen zu wünschen. Der hat sogar diese ganze Geschichte leichte. Der braucht sich nicht so stark mit dem Denken anzustrengen. Er braucht nur ein ganz wenig sich zu konzentrieren, so kann er es dahin bringen, dass er innerlich sieht, wenn er äußerlich das Sehen verlernt hat. Das ist aber dasjenige, was immer betont werden muss, wenn man von solchen höheren Erkenntnissen spricht. Wenn man von solchen höheren Erkenntnissen spricht, dann liegt es immer so nahe, dass man sich natürlich zu stark anstrengen kann und dann kann statt der höheren Erkenntnis schon etwas eintreten, wie, sagen wir, die Störung der Linse. Die Linse kann dann durch dieses starke Innere konzentrieren, wenn man auch nicht stark krank wird, aber etwas undurchsichtiger werden. Daher ist in meinem Buche, wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten, alles so beschrieben, dass ein Mensch das, was da besprochen ist, erreichen kann, aber eben nicht krank wird dadurch. Es darf eben keine Übung so beschrieben werden, dass man auch krank werden kann dadurch. Aber diese Linse, die ist der Ort dem Menschen, der uns tatsächlich im Inneren des Auges die ganze Geisteswelt enthüllen kann. Und so können wir sagen, Man kann äußerlich sehen, wenn alles durchsichtig ist im Auge. Man kann innerlich sehen, wenn etwas willkürlich undurchsichtig gemacht wird. Ja, meine Herren, das ist schon etwas, was Ihnen deutlich machen kann, wie eigentlich die Erkenntnis von geistigen Welten entsteht. Die Erkenntnis von geistigen Welten entsteht eben dadurch, dass man zuerst in seinem Kopf die einzelnen Punkte findet, die man also nicht braucht zu der gewöhnlichen Tätigkeit, dadurch, dass sie ruhen. Durch die Linse lernt man zunächst die äußere Welt kennen. Aber man kann den ganzen Körper so weit bringen, dass alles Mögliche innerlich für einen Augenblick nicht gebraucht wird. Wenn man zum Beispiel das Herz nicht gebraucht, die Blutzirkulation kann weitergehen, aber man schaltet das Herz aus als Sinnesorgan. Dann fängt man erst an, die ganze Blutzirkulation wahrzunehmen. Aber dann nimmt man nicht bloß die Blutzirkulation wahr. Wenn Sie Ihr Herz so machen, dass Sie gewissermaßen durch Ihren Körper durchschauen auf die Blutzirkulation, wenn Sie also innerlich das Herz nicht empfinden und nicht den Pulsschlag empfinden, sondern durchschauen, wie Sie durch die Linse lernen, durchzuschauen in die Welt hinaus mit dem Kopf, wenn Sie also durch sich selber durchschauen lernen, dann, meine Herren, dann sehen Sie nämlich jetzt nicht die Blutzirkulation allein, sondern Sie sehen die ganze Mondenbewegung, alles was der Mond tut und Sie sehen, wie der Mond sich zu der Sonne verhält. Und dann sehen Sie die Verwandtschaft des Herzens mit Sonne und Mond. Sehen Sie, in alten Zeiten ging das alles leichter für den Menschen. Da waren tatsächlich die Menschen noch nicht so eingeschult, nur alle Wissenschaft von der Außenwelt zu erfahren. Sie wollten ja überhaupt nicht alles bloß vor sich sehen. Wenn man einen Griechen, also einen Menschen, der gelebt hätte, vor 27, 28, 100 Jahren ins Kino geführt hätte, ja, der hätte sich das Kino nicht lange angesehen, denn der wäre nämlich in Ohnmacht gefallen, weil in den Momente, wo der alte Grieche darauf hingeschaut hätte, in seinem Inneren, aber nicht bloß in einem Gliede, sondern im ganzen Menschen das geworden wäre, was sie bekommen, wenn ihnen ein Glied einschläft, wenn etwas darauf drückt. Nicht einen richtigen Schlaf hätte der Mensch bekommen, aber dieses Einschlafen des ganzen Menschen wäre entstanden, wenn sie den alten Griechen in eine Kinovorstellung hingesetzt hätten. Er wäre natürlich davon in Ohnmacht gefallen. Der alte Grieche hätte sich das also überhaupt nicht anschauen können, weil in den Momente sein Kopf durch das Herz eine solche Störung im ganzen Blutsystem bekommen hätte, dass ihm sein ganzer Körper nicht bloß einzelne Glieder eingeschlafen wäre und der Kopf hätte nichts mehr beherrschen können. Er wäre in Ohnmacht gefallen. Der Mensch ist eben ganz anders geworden, als er in alten Zeiten war. Heute hat der Mensch schon eine so unordentliche Blutzirkulation durch die moderne Kultur, dass er nicht ohnmächtig wird im Kino. Wenn man sich mit Geisteswissenschaft wirklich innerlich ein bisschen beschäftigt hat und man kommt dann ins Kino, muss man sich sehr zusammennehmen, sonst kann man heute noch in Ohnmacht fallen. Aber nicht wahr, wir sind eben alle Menschen und der eine nimmt die Eigenschaften des anderen an. Und es ist so, dass der Mensch nicht mehr das Blutzirkulationssystem hat wie in alten Zeiten, wie der alte Mensch. Daher konnten die alten Menschen leichter durchschauen auf das Blutzirkulationssystem und konnten leichter reden von Sonne und Mond als wir. Wir sind abgeschnitten davon und müssen erst wieder dazu kommen durch Übungen. Wir müssen die Organe erst richtig wieder so machen, dass wir sehen können. Sehen Sie, der alte Grieche konnte daher noch verstehen, wenn ältere Menschen eben ihm etwas erzählt haben von dem, wie es auf der Erde eigentlich zugeht. Man darf nicht glauben, dass das Daseinige, was aus dem Altertum überliefert ist, immer Aberglaube ist, nur haben es vielfach die Späteren so umgestaltet, dass es zum Aberglauben geworden ist. Es ist ja merkwürdig, wie Dinge, die zuerst ganz vernünftig sind, eben später einfach zum Aberglauben werden. Wenn man nicht mehr weiß, wie eigentlich die Sachen ausgeführt werden sollen, dann werden die Dinge zum Aberglauben. So zum Beispiel haben die alten Juden kein Schweinefleisch gegessen. Ja, die haben gewusst, dass bei ihrer Rasse und der Gegend, in der sie waren, das Schweinefleisch sie schwach macht. Dann ist es später Aberglaube geworden. Die Dinge, die später zum Aberglaube werden, gehen immer auf frühere, vernünftige Dinge zurück. Wir müssen also nicht glauben, dass das, was als altes Wissen früher vorhanden war, immer unsinnig ist, aber man kann sich nicht immer auf das Alte verlassen, weil die alten Dinge vielfach verfälscht sind. Deshalb muss man alles neu erforschen. Deshalb ist es so unsinnig, wenn die Leute von der Anthroposophie sagen, da wird zusammengesammelt, was einmal schon da war. Es wird nichts zusammengesammelt, sondern alles neu erforscht. Und denjenigen, meine Herren, der ihnen sagt, da in der Anthroposophie sammeln sie nur alle möglichen alten Gnostiker zusammen, den fragen sie nur einmal, wo er nachweisen kann, dass die Geschichte von der Augenlinse steht, wie ich sie ihnen das letzte Mal und heute gesagt habe, wo man das in irgendeinem Buche finden kann. Das kann man nämlich nicht finden, weil die Geschichte ganz vergessen worden ist. Sie können deshalb jedem antworten, der sagt, es seien die Dinge zusammengesammelt. Du lügst, denn du weißt gar nicht, was dort gesagt wird, dass also die ganze Anschauung vom Herzen und so weiter erneuert wird. Es ist so, dass hier alles ursprünglich erforscht wird und dann an den ganzen Menschen herankommt. Und an solchen Sachen, wie, dass der Mensch sich tanzen, drehen bewegt, was ich das letzte Mal und heute berührt habe, hervorgerufen durch die Frage des Herrn Burle, kann man vieles einsehen. Das kann man verstehen. Aber meine Herren, dann wird etwas anderes herauskommen, vor dem sich die Menschheit am meisten fürchtet. Denn sehen Sie, wenn Anthroposophie einmal durchdringt, heute kann man ja gar nichts machen. Wenn man praktisch etwas tun will, geht ja gleich der Teufel los. Selbst wenn man die Sachen nur sagt, entstehen ja gleich die Gegnerschaften, die sie ja genügen können. Aber wenn Anthroposophie einmal soweit sein wird, dass sie in unsere Schulen eindringt, dass sie überall die Dinge geltend macht, wird etwas anderes noch kommen. Dann wird man nämlich wissen, welche Bewegungen beim Menschen für seine Gesundheit und seine ganze Stoffwechselentwicklung richtig und welche falsch sind. Dann wird die Zeit kommen, wo man die Arbeit nach dem Menschen richten wird. Heute richtet man die Arbeit nach den Maschinen. Heute muss der Mensch so sich bewegen, wie es die Leute, welche die Maschine entdeckt haben, angemessen finden. Später wird man finden, nicht dasjenige, was von den Maschinen kommt, ist die Hauptsache, sondern der Mensch ist die Hauptsache. Deshalb darf es nur solche Maschinen geben, die hergerichtet sind für den Menschen. Das wird man einmal nur können, wenn die Anthroposophie ganz angenommen sein wird. Dann wird man sagen können, es muss alles Maschinelle sich nach dem Menschen richten. Aber dazu ist etwas notwendig. Zuerst muss man verstehen, wie das Herz nichts Maschinelles ist, sondern sich nach dem Menschen richtet. Dann wird man auch für die äußere Maschine die Grundlage finden können, die sie so gestaltet, dass sie sich nach dem Menschen richtet. Aber eine Wissenschaft, die es sich so bequem gemacht hat, dass sie das Herz so beschreibt, als wenn der Mensch in seiner Blutzirkulation nur eine Pumpe hätte, die macht sich kein Gewissen daraus, auch die Maschine so zu machen, dass sich der Mensch danach richten muss. Mit dieser falschen Ansicht in der Wissenschaft hängt nämlich unsere ganze falsche soziale Lage zusammen. Und deshalb muss man schon begreifen, dass erst ein richtiges Denken über den Menschen kommen muss. Dann kann erst ein richtiges soziales Leben anfangen. Solange man glaubt, das Herz sei eine Pumpe, solange wird man auch im äußeren Leben nicht richtig sich einstellen können. Erst dann, wenn man weiß, der unsichtbare Mensch ist höher als sein Herz, er ist es, der sein Herz bewegt, dann wird man auch die Maschinen nach dem Menschen richten. Das muss man erst anfangen einzusehen. Heute machen es sich die Menschen viel zu bequem. Sie machen es sich wirklich viel zu bequem. Was ist heute am meisten international? Das Fußballspiel. Ich habe es Ihnen neulich erklärt. Daseinige aber, was geistig ist, das wird immer auf kleine Zirkel und so weiter zusammengedrängt. Das zersplittert sich. Nicht wahr, in Norwegen kann man hören, hoch soll er leben oder man hört ein deutsches Lied singen, wenn Fußballspieler aus Deutschland oben sind. Aber sonst sonnen sich die Leute ab. Das, was ergriffen werden muss, ist der Geist, aber so, dass er im Einzelnen ergriffen wird. Nicht, dass man im Allgemeinen redet von Geist, Geist, sondern er muss im Einzelnen ergriffen werden. Wir wollen dann am nächsten Samstag davon weiterreden. Geist, jemandem von Geist, geist, werfen, über die die verbreiteten. Geist, verbreit, verbreiteten. Sprach, zu Untertitelung des ZDF, 2020